Hallo und guten Tag, mein Name ist Ingo Biermann, ich leite das Team von erlebnissoftware.de und ich war vor einiger Zeit mal auf einem DSHG-Jahreskongress und habe mir da die Präsentationen und Produktstände von SAP angesehen und habe mir gedacht, ist denn alles HANA? Und es ist einige Zeit seit dem Vergangenen, ich habe herausgefunden, in welchen Bereichen SAP HANA tatsächlich die Zukunft ist und in welchen Lehrerversprechungen waren. Inzwischen ist der Begriff HANA in noch mehr SAP Produkten und Lösungen aufgetaucht, aber der Nutzen ist nicht unbedingt klarer geworden. Aus dem Grund haben meine Kollegen und ich uns zusammengesetzt und dieses E-Book für sie zusammengestellt und darin finden sie vor allem drei wichtige Fragen beantwortet. Sie lernen, warum SAP HANA Datenbank und S4 HANA sowie die SAP HANA Cloud Plattform die drei Produkte sind, die sie jetzt unbedingt kennen müssen. Und außerdem, warum sie sich tatsächlich jetzt mit SAP HANA beschäftigen müssen, aber warum es vielleicht noch nicht so weit ist, dass sie auch aktiv sein müssen. Und als drittes, warum S4 HANA als Einführungsprojekt das einzige Projekt ist in diesem Zusammenhang, bei dem es sich um ein Fachbereichsprojekt handelt und in welcher Weise man das mit einem Umzug vergleichen kann. Ja, also mehr Klarheit für SAP HANA können Sie sich hier ganz einfach unterladen. Also, ich glaube, das ist eine grosse einfache die Frage. dass wir nicht mehr so weit sind. Ich glaube, dass wir nicht mehr so weit sind, es ist hier übrigens auch ihre Überflucht gingen. Wir sehen uns nicht mehr so weit ab und manって es tatsächlich